Grüß Gott! Heute bin ich mal auf dem Weg zur Hallental-Klamm hier in Kreinau bei Garmisch-Baden-Kirchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also ich kann jetzt überhaupt nicht nachvollziehen, warum unsere Eltern und Mitbürger sich auf so einen Weg auch noch begeben müssen. Das ist für Geübte schon anstrengend genug, aber nein, die müssen überall mittendrin statt nur dabei sein. Unverständlich sowas. Und schon sind wir am Eingang von der Hallental-Klamm angekommen. So, jetzt geht's los. Becksache angezogen. Ich bin jetzt in der Hallental-Klamm. Ich bin jetzt in der Hallental-Klamm-Klamm-Klamm-Klamm-Klamm-Klamm-Klamm-Klamm-Klamm-Klamm-Klamm. Ich bin jetzt in der Hallental-Klamm-Klamm-Klamm. Ich bin jetzt in der Hallental-Klamm-Klamm. Ich bin jetzt in der Hallental-Klamm-Klamm-Klamm. Ich bin jetzt in der Hallental-Klamm-Klamm-Klamm. Ich bin jetzt in der Hallental-Klamm-Klamm-Klamm-Klamm. Ich bin jetzt in der Hallental-Klamm-Klamm-Klamm-Klamm-Klamm. Ich bin jetzt in der Hallental-Klamm-Klamm-Klamm-Klamm-Klamm-Klamm-Klamm-Klamm. Ich bin jetzt in der Hallental-Klamm-Klamm-Klamm-Klamm-Klamm-Klamm-Klamm. Ich bin jetzt in der Hallental-Klamm-Klamm-Klamm. Ich bin jetzt in der Hallental-Klamm-Klamm. Ich bin jetzt in der Hallental-Klamm-Klamm. Am Ende der Klamm. Da ist der Hammersbach. Schon gar nicht mehr so wilder. Und nicht ganz so laut. ографische Musik Trim Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020